Ich würde das empfehlen, sich da anzumelden, weil es einfach eine unglaubliche Erfahrung ist, die man ein Leben lang behält. Ich finde es richtig toll, dass die Games Talente Academy auch die Möglichkeit bietet, andere Leute in seinem Alter zu treffen, die genau die gleiche Leidenschaft haben wie man selbst.